Hallöchen, ihr Putzlumpen und Putzlatten. Ja, eine ganz kurze Info zur späten Stunde. Einfach so, weil ich Lust habe und es endlich geschafft habe und deshalb auch ein bisschen Freude habe. So, und wenn ich jetzt nochmal Habe sage, dann haben wir ganz schön viele Habe in diesem Habe. Gut, um was geht es denn? Ähm, es geht darum, dass ich endlich meinen YouTube-Namen ändern konnte. Ja, das geht ja neuerdings. Wer wissen will, wie das Ganze funktioniert, der soll mir eine PN schreiben. Aber, ähm, ist eigentlich auch ganz einfach zu erklären, nur werde ich das hier nicht tun. Auf jeden Fall habe ich meinen Namen endlich ändern können, sprich von OOO, was auch immer, Nick, O0, OO. Äh, auf Sephiron. Ja, jetzt einfach, äh, damit keine Verwirrung herrscht. Ähm, falls ein Video rauskommt oder so, oder ich einen Kommentar schreibe oder was auch immer, oder eine PN oder so. Und da steht Sephiron und nicht, äh, wie auch immer der alte Name war. Dann bitte nicht verwirrt sein, sondern, äh, ja, freut euch für mich, denn ich habe es endlich geschafft. Schlicht und einfach Sephiron. So, äh, was gibt's Neues? Ja, es ist mittlerweile halb zwei. Ich bin vor einer Stunde circa von der Arbeit gekommen und, ähm, werde jetzt ein paar Videos reinziehen und dann meine Videos rendern. Ja, ich habe circa noch, pfff, 30 Videos zu rendern, Dragon Quest und Kingdom Hearts. Ich habe übrigens die gesamten Projekte abgedreht, sprich komplett fertig aufgenommen, müssen auch noch gerendert und hochgeladen werden. Und ich kann euch versprechen, Freunde, diese zwei Let's Plays haben ein richtig krasses, geiles Ende. Und ich bin ziemlich zufrieden, sind meiner Meinung nach die besten Let's Plays, die ich bis jetzt gemacht habe. Und, äh, ja, werden auch bald enden, ne? In zwei bis drei Wochen oder so, oder einem Monat. Ja, äh, jetzt ist es aber so, ich brauche neue Projekte, da ja Bioshock, äh, ja, das Finale schon ab, äh, abgelaufen ist, sprich lief. Und, ähm, Dragon Quest und Kingdom Hearts auch bald beendet werden. Falls ihr denn Vorschläge oder Wünsche habt, schreibt das Ganze einfach mal in die Kommentare. Ich werde sie mir durchlesen und, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht mich sogar für etwas entscheiden oder motivieren können. Was auf jeden Fall weitergehen wird, ist das Let's Play mit Zoe Chewie und Miesi, sprich Minecraft Tag und Nacht. Minecraft, äh, weil im Allgemeinen wieder eine größere Rolle spielt auf meinem Kanal, äh, Sparrow Tales ist ja da noch am Laufen. Das habe ich versprochen, dass ich das noch weitermachen werde, denn da kam ja nur eine richtige Folge raus. Der Grund dafür ist einfach, dass diese Folgen genau wie King of Minecraft halt, halt, da merkt man, dass ich noch Essen im Mund habe. Moment. Tut mir leid, das ist halt, äh, genau wie King of Minecraft übelst viel, viel, äh, Zeit und Aufwand, äh, in Anspruch nimmt. Deshalb habe ich das Ganze mal, ja, pausiert, bis ich halt meine riesigen Mammutprojekte abgeschlossen habe, was jetzt der Fall ist. Und, äh, ja, wie gesagt, Sparrow Tales wird weitergehen und Kingdom Minecraft wird auf jeden Fall noch ein Part gemacht. Wie viele Parts wir noch machen werden, weiß ich noch nicht, allerdings diesen Part werden wir auf jeden Fall noch machen. Äh, wobei ich sagen kann, dass wir schon einen ziemlich großen Teil der Welt gebaut haben. Jetzt werden ein paar Sachen verfeinert, äh, Texture Packs werden gemacht, da ich schon ziemlich lange nicht mehr Minecraft gespielt habe, muss ich mich da wieder ein bisschen einleben. Und, äh, ja, die ganze Technik hat sich mittlerweile grobst verändert. Also, falls ihr irgendein geiles Game für mich habt, ähm, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Wie gesagt, vielleicht werde ich das denn machen, ne? Ich werde außerdem noch gucken, ich habe ja, äh, angekündigt, dass ich vielleicht Pokémon Snap spielen werde, was ganz geil wäre. Allerdings mit diesem Emulator Project, äh, 64 wird es nicht möglich sein, da das, der einfach so verbuggt ist, dass sich das ganze Spiel nicht zeigen könnte. Ähm, ich werde mir vielleicht die Virtual Console holen von Nintendo und da ein paar Euro ausgeben, sprich Franken, Schweizer Franken ausgeben, um da Pokémon Snap zu laden, um euch das Ganze in einer angenehmen Quali bieten zu können. Ja, das sind so die Sachen, die mir im Kopf rumschwirren. Ich habe da noch ein paar andere Spiele zu Hause. Ich habe da zum Beispiel noch, ähm, Moment, was habe ich denn da noch? Darkseiders 1 wollte ich eigentlich schon lange, lange mal spielen. Da habe ich die übelst krässeste Collectors Edition, Hellbook Edition. Aber es ist halt der erste Teil und nicht der zweite. Naja, ob das, äh, irgendjemand sich anschauen würde, weiß ich nicht. Ich kenne das Spiel persönlich nicht. Was ich irgendwann noch vorhatte, wäre die Viehchroniken zu beenden, was ja leider nicht beenden, nicht, äh, wurde, ne, wegen eines Bugs. Ähm, Dead Island bin ich durch. Pff, Deus Ex werde ich nicht weitermachen, damit das Spiel ganz ehrlich zu schwer ist. Äh, ja, ich bin ne Pussy, aber es macht einfach keinen Spaß, so ein schweres Spiel zu kommentieren. Außerdem habe ich, äh, das Spiel ist ziemlich lang, ja. Fable 3, ja, werde ich vielleicht mal togerern, ne, weil das ist ja auch nicht beendet worden. Was ziemlich schade ist, dass das Let's Play eigentlich gut angekommen ist. Aber naja, auch da, ähm, mein PC wurde neu aufgesetzt und die Geschichten kennt ihr ja alle. Krieg im Norden wird wahrscheinlich nie beendet werden, weil halt, ähm, ja, meine Together-Partner immer abspringen. Terra könnte wieder einmal kommen. Äh, und, äh, Darkness, ne. Darkness 2 ist noch so ein Favorit. Den hatte ich damals, ja, mal gespielt, so 12 Parts, aber auf einem anderen Kanal. Den habe ich dann gelöscht und die Videos natürlich nicht gedownloadet, weil ich ja so ein Mongo-Kind war und noch überhaupt keinen Plan von YouTube hatte. Naja, ist ja auch Wayne, äh, das sind nur so ein paar Gedankenergüsse und ein paar Vorschläge. Könnt ihr euch ja mal überlegen und falls ihr da Bock habt, dann schreibt es einfach mal, ja, wie gesagt, in die Comics. Gut, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich wollte mich nur mal zu Worte melden. Ähm, einerseits wegen des Namens, damit da keine Verwirrung herrscht, andererseits wegen den Projekten. Ja, auf jeden Fall freut euch auf die finale, äh, finale Parts von diesen zwei Let's Plays. Die sind echt Gamma, äh, Gamma Heil geworden. Genau, Alter, ich kann schon nicht mehr reden. Er ist halb zwei und ich kann schon nicht mehr reden, ey. Gamma Heil geworden. Und, äh, ja, bis denn. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.